Zu einem neuen Tutorial-Video und zwar wurde in meinem letzten relativ gut aufgenommen und da wurde direkt die Frage gestellt, kannst du mal irgendwas sagen über die Aufstellungsphase? Und was nicht nur eine Aufstellung, sondern eine Öffnungsphase? Und ich denke, wir können das gerne mal machen, was wirklich eine sichtige Sache ist. Und zu diesem Zweck, denke ich, ist es am besten, wenn ich vielleicht einfach mal irgendwelche drei Random Replays hier wähle, wo ich irgendwann mal gespielt habe. Und dann guckt man verschiedenen Spielern, was die angestellt haben in der Aufstellung und in der Öffnung. Und was daran halt gut und schlecht war und worauf man hätte achten können. Und ganz am Schluss machen wir vielleicht mal eine exemplarische, perfekte Aufstellung oder Pseudo-perfekt, wie man es dann nennen will. Wichtig ist bei der Aufstellung, wenn wir das erste Spiel hier, ist, ihr müsst euch klar machen, wenn ihr einen Punkt rusht, je schneller bei einem Punkt seid in der Öffnung, desto weniger Kampf-Feuerkraft habt ihr da. Weil der Transporter-Elikopter zum Beispiel oder der schnelle Transporter, der kostet mehr, ein bisschen weniger Kampfkraft als der Gegner, der mit dem Langsamen kommt. Das ist halt einfach eine Preis-Leistung, das macht halt Sinn. Ich muss aber auch dazu sagen, dafür hat der, der schnell einen Punkt rusht, hat der dafür eine bessere Kampfposition und das müsst ihr gegeneinander abwägen. Normalerweise ist es so, dass die bessere Kampfposition mehr Geld wert ist, als jetzt ein Transporter, der irgendwie eine Doppel-So-Viege gekostet hat, bringt ja nicht genug Feuerkraft, um eine bessere Kampfstellung auseinanderzunehmen. Das ist meine persönliche Erfahrung, aber es hängt auch ein bisschen immer auf dem Setup ab. Es gibt auch Stellen, da rusht ihr hin und dann seid ihr vor dem Gegner da und dann schmeißt ihr eine Bombe und dann guckt ihr halt dumm aus der Wäsche. Also es gibt halt keine perfekte Aufstellung. Ihr müsst es halt immer abhängig machen von der Map, vom Gegner und auch ein bisschen Glück haben. So, das hier ist vielleicht eine Map. Also ich würde es sowieso vorschlagen, je nachdem ihr aus dem Game-Mode spielt, ihr solltet ein paar Maps, es werden ja immer dieselben Maps eigentlich gespielt, am einzigen Eins, am zwei gegen zwei, wie auch immer. Merkt euch einfach mal ein paar Maps, nehmt euch mal drei Maps meinetwegen raus und merkt euch einfach, welchen Punkt ihr immer rushen wollt oder wo ihr hingehen wollt in der Öffnung und wie schnell seid ihr da, wie schnell ist der Gegner, welcher Wald ist da wichtig, welche Ecken sind da wichtig und so weiter. Wir machen jetzt einfach mal hier die Mitte. Also bei dieser Map hier zum Beispiel würde man typischerweise diesen Wald rushen, beide Seiten. Das ist ganz wichtig. Vom Aufbau ist das so ein bisschen, dass in aller Regel die Gegner hier vorne mit den Fahrzeugen auftauchen oder auf der offenen Fläche, aber hier ist egal, weil da ein Wald zwischen ist, genau wenn ihr rüberfahrt, ist das auch egal. Aber hier tauchen in aller Regel immer ein paar schnelle Einheiten auf oder es ist eine gute Sache, zumindest hier schnelle Panzer wie Salus und so reinzubringen. Einfach damit ihr hier die Sachen abknallen können, die da reinkommen. Wenn ihr hier runterkommt und fahrt ihr so rum, dann seid ihr halt alle Seitenpanzerung und da ist es halt sehr gut, wenn der Gegner hier auch nochmal einen Raketenwerfer reinbringt oder einen Hubschrauber hat, der euch in die Seite feuert. Also so Sachen, die könnt ihr im Prinzip beachten. Aber jetzt hier für den Anfang, ich habe zum Beispiel, ich habe das noch frischen Kopf von gestern, ich habe jetzt einfach gesagt, ich will jetzt diesen Wald erobern und ich gehe jetzt davon aus, dass ich da einfach gerade reinfahre mit ganz viel Billig-Einheiten, die auf Close-Range super, super stark sind. Warum ist das jetzt interessant? Interessant ist das, ihr hättet ja auch sagen können, ich fahre da mit einem Ding Panzer rein oder so, aber das mache ich nicht. Ich habe lieber 100 kleine Einheiten, die sehr preiswert sind, die aber im Nahkampf hier gewinnen. Das heißt, sobald ich diese Einheiten in der Eröffnungsphase in den Wald bekomme, habe ich eigentlich schon fast automatisch im Waldkampf gewonnen, außer die springen halt bei dicke Bomber. Alternativ würde ich auch sagen, wenn ich bringe dicke Panzer hier hin und bekämpfe alles, was von der Seite in den Wald geht, dann ist die Frage, wie deal ich mit der Infanterie, die von der Seite in den Wald, vom Gegner kommt. Also da müsst ihr euch echt ein paar Überlegungen machen. Aber für meine Eröffnung hier vorne, wir machen es einfach mal gerade, dann mache ich gleich mal kurz Pause, habe ich jetzt hier zum Beispiel gesagt, das war aber auch ein Versuchsspiel, ich habe neue Einheiten ausversucht, dennoch. Ich habe jetzt hier gesagt, ich nehme jetzt diese Einheiten hier unten und zwar habe ich von diesen Jeeps, glaube ich, 18 Stück gekauft. Warum habe ich das gemacht? Die fahren 150 auf der Straße, das heißt, sie sind ultraschnell da unten. Die halten nichts aus, muss man sagen. Die haben auch keine Munition, gar nichts. Auf Eröffnung auf Offener Feld wäre die auch ein bisschen langsamer. Aber die Idee hinter dieser Einheit war gewesen, dass die halt extrem schnell hier unten in diesem Bereich ungefähr auftaucht, hier meinetwegen. Und kann halt alles, was von ihm über Offener Straße kommt, beschossen werden in rauer Masse. So, diesen Spam habe ich dann flankiert von äh, wo sind die Dinger? Von diesen Spam hier vorne. Man sieht es jetzt schlecht, aber da sind eigentlich so ein paar hundert von diesen Transportern, wo die Militionäre drin sind. Also ganz, ganz viele. Das bedeutet einfach, die fahren jetzt auch ein bisschen langsamer, das bedeutet einfach, wenn die Panzer die zehn Stück hier kosten, wenn die hier vorne in dem Feind engagen, werden die Billigtransporter die fünf kosten, werden einfach weiter durch den Wald fahren, bis sie hier vorne ankommen, werden die ausladen. Es ist einfach so viel Masse, dass wenn der Gegner halt nicht irgendwie 30 Autokanonen, 30 Saar losbringt, sondern nur mit einem T-90S oder sowas eröffnet oder irgendwie einen anderen teuren Panzer, ne, das sind solche 50, dass ich dann einfach in dem Wald drin bin. Bin ich einmal in dem Wald drin, dann haben die halt in der Eröffnungsphase dann dominieren die halt einfach, außer die hat dann massiv Flammenwerfer und Bomber. Das war so ein bisschen die Idee bei dieser Eröffnung. Dazu ist das noch ein bisschen flankiert von Luftabwehr und so ein Krempel, ne. Wir machen jetzt einfach mal die Eröffnung dran. Ich habe noch einen dicken Panzer für die Backline, die einfach dann seine Panzer snipet, gerade die 50er-Fanzer, die wir gerade gesehen haben. Kann man gut mit dem snipen. Der fährt aber mit Absicht ganz hinten in der Eröffnung, damit wir einfach, wenn der vorne keine Rakete abbekommen, nicht mehr die Kämpfe aussuchen kann. Ich will erst, dass die anderen das engagen. So. Jetzt rollen die hier runter, aber wir sind schneller, ist ja nicht so spannend. So, die gegnerische Eröffnung, wie sieht die jetzt hier vorne aus? Hier vorne, der Shirty-Spieler, hat sich dafür entschieden, mit Infantrie, der, glaube ich, hier vorne nur hin, der Shirty-Spieler hat sich entschieden, mit Infantriegen hier gerade darauf zuzufahren, damit die sichern in den Wald kommen. Das heißt, er bringt zwei Infanteristen rein. Nun ist es so, dass ich ungefähr ein paar hundert reinbringe. Von daher ist halt die Frage, wenn ich meine Infantriege reinkomme, dann hat er wahrscheinlich die Arschkarte. Hier vorne hat der Shirty eine zweite Kolonne gemacht. Das ist ganz interessant. Das ist auch nicht schlecht, weil wenn er eine dicke Bombe bekommt, verliert er sonst die gesamte Armee. Also die auszuteilen, macht manchmal wirklich Sinn. Und dahinter hat der Shirty für seine Eröffnung eine Flugabwehr gewählt, die gegen Hubschrauber relativ gut ist. Das ist auch ganz gut, wenn eröffnet Hubschrauber in aller Regel die größte Gefahr. Und dahinter ist ein Panzer, der ein bisschen Feuersupport geben kann. Ja, also das ist eigentlich eine solide Eröffnung. Da kann man nicht viel falsch machen. Und wir röschen jetzt beide auf die Mitte zu. Das gehört nicht dazu, links und rechts. Ja, da kommen jetzt vom Shirty nochmal die Panzer. Scout-Panzer. Auch hier schön, geht an die Kante. Wenn ihr hier vorne hinkommt, könnt ihr unsichtbar rausschießen. Dann können die den gar nicht engagen. Die kriegen den Scout-Panzer nie zu Gesicht, bevor die tot sind. Eintreffer sind die tot. So, und er ist jetzt hier vorne mit seinen Leuten in den Wald reingefahren. Der Scout-Panzer kann von der Seite nochmal feuern. Und ich fächere jetzt meine Einheiten hier aus, diesen Jeep-Spam, wenn ihr so wollt. Damit ich jetzt hier einfach hier vorne massiv Feuer gleichmäßig verteilen kann. Und jetzt kommen die Transporter an die zweite Reihe, um da durchzufahren. So, und es wird halt hier, ne? Feuer ausgetauscht. Er hat es aber leider in den Wald geschafft schon, bevor ich ihn kaputt machen konnte. Das hat einen Geschwindigkeitsvorteil. Hier vorne, dicke Panzer sofort weg. Ganz kurz, wegen der Einheit nur. Die haben HE-Geschosse, das ist Absicht, weil wenn der Gegner Panzer bringt, die knacken halt mit AP-12 keinen einzigen Panzer, ja? Aber weil die HE-Geschosse haben, tun die auch einen T-90S, den schwersten Panzer, den es gibt unter anderem, einen Punkt Schaden machen. Wenn er dann 30 von denen geholt hat, oder in meinem Fall 18, machen die halt 18 Schaden pro Schuss, ja? Also in die Treffen, in der Salve. So, und jetzt habe ich halt mit denen hier quasi, beschäftige ich die gesamte Mäh hier vorne. Und hier vorne fahren jetzt meine Infanterie-Transporter so langsam rein. Ich habe die ein bisschen früh ausgeladen, war ein bisschen Panik-Mode. Dass jetzt die Infanterie-Transporter vorfahren, aufzudecken. Und die normalen Infanteristen laufen jetzt hinterher in den Wald. Hier ist der Leo, der einfach Feuer-Support gegen dicke Sachen gibt. Es kommt hier ein Bomber rein, und wir haben gesehen, dass der Sherpy sich hier knubbelt, dass da Fahrzeuge waren. So, und jetzt gibt es halt hier, die sind ein bisschen zu nah rangegangen, aber die schießen jetzt ein bisschen zusammen. Jetzt geht die Infanterie rein. Und das war im Grunde genommen die Eröffnung. Also im ganz konkreten Plan, mit im Grunde genommen fünf verschiedenen Einheitentypen. Ein bisschen flankiert, die hinten noch vom Milan-Werfer, damit die einfach Raketen-Support mit einer dicke Panzer, von denen auch gewesen wäre, wie mein Leo hier ist. Das war Eröffnung mit Plan dahinter. Ob es jetzt gut oder schlecht von einer Seite war, ja, kann man darüber streiten. In jedem Fall war es eine Eröffnung, da war ein Plan hinter, um den Wald zu contesten. Und am Schluss habe ich ihn dann auch gehabt dadurch. Aber es gibt viele Eröffnungen. Wir klicken jetzt einfach auf irgendwelche, nehmen wir irgendwas Altes. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Kann auch sein, dass ich total mal sakriert werde. Und noch bei den anderen reingucken. Wir gucken uns einfach mal jetzt ein paar Eröffnungen an. So, bei dieser Map hier zum Beispiel ist wieder die Frage, welche Punkte wollte ich angreifen und rushen? Ich glaube, die Map habe ich aber schon ein bisschen mal brechend durch exerziert, worauf man achten kann, was wichtig ist. Im Grunde genommen ist, wenn ihr hier auf der Seite anfangt, werdet ihr rechts sehr einfach obern können und links nur sehr schwer halten können in der Eröffnung. Und die Mitte ist eigentlich sehr ausgeglichen. Meiner Meinung nach ist bei der Map ganz wichtig, diese Seiten hier, das hier zu erobern. Wer das hat, kontrolliert die Mitte. Wer die Mitte kontrolliert, kontrolliert die zwei Sektoren, gewinnt das Spiel. Links und rechts wird da so getauscht, wie ich gerade gesagt habe. So, jetzt haben wir hier die Eröffnungen. Wir gucken uns jetzt einfach mal die, ja, gucken wir uns mal die rechte Eröffnung an. Also für rechte Eröffnung würdet ihr normal erwarten, dass dieser Spieler hier einen riesen Vorteil hat. Und der hat halt einen riesen Nachteil. Warum? Wenn der reinkommt in den Sektor, kann er nur hier in das kleine Haus gehen. Das reicht für einen Infanteristen, das ist nicht wirklich Deckung. Hier kann er in die Häuser gehen, das hilft ihm auch nicht für irgendwas, weil er keinen Feuersupport hat, weil der Wald behimmert ist. Im Grunde genommen, wenn der hier reinkommt, kann er seine Panzer nur hier vorne hinstellen, dann kommt die Cluster, da bauen wir jetzt die ganze Armee los. Also das ist die dümmste Position für eine Eröffnung für den Spieler auf der Seite, die man sich vorstellen kann. Während der andere Spieler, der kann die hier hinstellen, da hinstellen, da hinstellen, hier hinstellen, hier hinstellen. Und weil das ja keine Gebäude sind, kann er eben da auch Panzer reinstellen. Also massive Vorteile von dem Spieler auf der Seite. So, jetzt gucken wir uns mal die Eröffnung kurz an. Da vorne kommt jetzt eine Luftlandung, ganz offensichtlich. Der Spieler auf der Seite hat sich dazu entschieden, hier vorne zu landen mit seinen Helikoptern, mit Infanteristen, um den Punkt schnell zu sichern. Das würde Sinn machen, wenn da einer mit dem Raketenwerfer drin ist, weil ansonsten steht da ein Infanterist mit Short-Range-Waffen und kann nichts machen. Und sobald wir da oben sind, sind seine Einheiten eh hier und dann hat es sich halt nicht gelohnt, da viel Geld für auszugeben. Also die Eröffnung macht nur Sinn, wenn da irgendwas Raketenwerferisches drin ist. So, hier unten die Eröffnung von dem Spieler. Wahrscheinlich wieder meiner zu sein. Wieder der Billig-Spam ein bisschen, Feuer-Support. Ja, das sieht man nach einer Standard-Eröffnung aus, die er gemacht hat damals. Also ganz viele Einheiten, die Feuer absorbieren können, die scouten können, Kontaktscouts in diesem Falle, mit Marder-2-Feuer-Support und dann ein paar Scout-Panzer, die wahrscheinlich in die Flanken kommen. Halt eine Standard-Eröffnung. So, jetzt landet der da vorne. Ja, hm. Also der hat halt da vorne jetzt, ähm, also das ist halt irgendwo Elite-Infanterie, wenn ihr so wollt, ja, oder auf dem Weg zum Elite-Infanteristen. Die Reichweite ist 700 Meter von dem Teil. Ähm, der hat keine Chance, da irgendwas zu machen. Äh, selbst wenn mein, also erstmal meine Jungs hier, die kommen natürlich, also die kommen jetzt ungefähr an, wenn seine Armee ankommt. Das heißt, der hat jetzt für sehr viel Geld, sehr sinnbefreite Einheiten gelandet. Ähm, das ist solche Geldverschwendung. Also die Elikopter haben 25 Punkte gekostet, ja, das ist 5 Punkte preiswerter, als ein Marder-2 kostet. Nun wird er am Kampf nicht teilnehmen, weil die Luftabwehr die aus dem Kampf rausnimmt. Von da ist das, also das ist meiner Meinung nach eine sehr schwache Eröffnung, es hätte ein Raketenwerfer sein müssen. Hier vorne, die Eröffnung ist noch schlechter. Ähm, also ohne den jetzt zu sehr kritisieren zu wollen, aber was er jetzt hier macht, ja, er hat jetzt hier einen Haufen Fahrzeuge, die auch relativ teuer sind, bringt er jetzt hier auf offenem Feld rein, wo er keine Deckung haben kann. Und du musst die ja hier reinbringen, sonst kann er die nicht supporten oder den Sektor kontesten, ja. Das heißt also, diese Einheiten, die jetzt da kommen, die sind völlig ungeeignet für die Art der Map-Seite, wo er spielt. Die werden gleich im offenen Feld hier stehen und wenn ich dann hier vorne aus der Deckung Panzer, Recon-Panzer, Raketenwerfer irgendwas auspacke, dann können die doch nicht mal mehr zurückschießen auf mich in aller Regel, ja. Also das ist in jeder Hinsicht eine sehr, sehr schlechte Eröffnung, sowohl die Landung als auch die Panzer. Ähm, ich meine, das ist auch eine schlechte Seite, aber er hat sich bei der schlechten Seite noch die schlechte Position und die falschen Einheiten ausgesucht. Das wird wahrscheinlich eine Katastrophe für ihn enden. Noch eine Bombe runter, Rocket Pod, ja, und dann nochmal aufmischen und jetzt bringe ich halt hier vorne den Scout-Panzer hier durch, damit ich halt die ganze Zeit da draufballern kann. Infanterie ausgepackt, die Maschierte ist vor, um alles aufzudecken, Feuer zu absorbieren und das Wichtigste ist halt, jetzt hab ich hier ein Scout-Panzer, der in seine Stellung ballert und hier ein Scout-Panzer da reinballern kann. Es ist völlig egal, was aus diesen Soldaten hier vorne wird. Hätte ich noch einen Raketenwehr vorbeigehabt, würden die jetzt einfach gesniped werden ohne jede Hoffnung auf, dass sie entkommen können. Ich habe allerdings den Milane hinten ausgeladen, was ein Fehler war. Ja, und jetzt sieht man halt jetzt hier, wie der nonstop wahrscheinlich da draufballern wird, vermute ich mal. Ja, also was hier abschließend kostet ein fünfter Stück. Alle ausgelöscht und wie gesagt, hier haben wir keine Chance, irgendwas zu machen. Und damit ist die Eröffnung eigentlich schon fast vorbei. Ja, er hat jetzt im Prinzip alle Panzer, jetzt auch den einen da hinten verloren, so 140er. Der wurde gerade vom ATJM-Pfleger angegriffen, hat aber Glück gehabt, wurde nicht weggesniped und damit war es das. Also das war wirklich keine schöne Eröffnung von ihm. Das ist ein Sniper-Likopter, aber ein Luftabwehr irgendwo. Also es ist vorbei, der ist einfach raus aus dem Sektor. Also und daher, ihr müsst nicht nur gucken, auf welcher Mapseite ihr seid, sondern auch was für ein Gelände ihr da nutzen könnt und das hat der obere Spieler eigentlich gar nicht gemacht bei der Eröffnung. So, dann schauen wir mal die nächste Eröffnung und danach machen wir mal eine exemplarische Eröffnung. Hier können wir irgendwas hier unten mal klicken. Fragt mich mal, was das war. Aber wie gesagt, macht euch auch klar, also die Seite, die wir gerade gesehen haben, da werdet ihr von der anderen Seite nie gewinnen. So, Jungle Law, eine der anderen Standard-Maps. Was sind hier so typischerweise Spots, wo ihr öffnet? Also hier drüben, die wird umkämpft, die Map von beiden Seiten. Hier in der Mitte wird geclashed an der Stelle, hier wird geclashed, hier vorne wird geclashed und hier vorne treffen die aufeinander. Also ich könnte quasi hier so eine Gerade durchziehen, so ein bisschen schräg, wenn ihr wollt. Also nicht immer mittig, das Ganze, wo die aufeinandertreffen, liegt an den Straßenverbindungen. Aber es ist halt so schräg ungefähr. Und da könnt ihr euch hier wieder gucken, was ein wichtiges Spots für euch, was wollt ihr machen, jeder wie er möchte. Guckt uns mal die Eröffnung einfach mal an, wieder hier vorne. Einfach mal schnell, bis sie aufgebaut haben, die Jungs. So, gerade mal ein bisschen checken, da ist eine Hubschraubereröffnung. Wir können ja mal bei dieser Hubschraubereröffnung mitgucken, von dem Lobby-Simulator auf der rechten Seite oder NetRider, wer mal das ist, was sie da geplant haben. Bin ich ganz sicher, wo der hin will, ehrlich gesagt. Nicht sicher, wo der hin will. Also die fliegen gerade mit Hubschraubern, die Scout-Infantristen haben, an die Front. Das Problem ist halt nur, der Gegner sieht halt, wenn die da ausgeladen werden, die haben keinen Hubschrauber-Support. Also es ist halt eine schlechte Eröffnung und da können wir auch darüber reden. Also die haben halt hier ihre beiden Hubschrauber mit teuren Scouts drin, die die irgendwo verstecken wollen. Das Problem ist halt mehrerlei. Erstmal, wenn der Gegner einen Hubschrauber bringt, wie den hier zum Beispiel, dann knallt er die einfach ab, dass das Chinesen sind. Das weiß man halt, man sieht das ja vor der Eröffnung, also bevor man Start drückt. Und wir wissen, dass die Chinesen, die so Hubschrauber haben, es wird ja kaum Chinesen geben, die das nicht spielt. So, wenn der jetzt hier vorne hinfliegt, da sind die eigentlich schon mal fast tot. Ich vermute, der Infanterist da drin kostet auch nochmal 20 Punkte. Das ist eigentlich einfach mal 100 Punkte fast in den Sand gesetzt. Aber selbst wenn die hier vorne ankommen, hier landet irgendwo, der Gegner weiß ja, dass er da gelandet hat, dass jemand ist, da kann halt instant ein Bomber kommen. Oder halt, wir wissen halt hier, die Pakt hat ganz viele Transporthelikopter, die Rocketpods haben. Das ist schon fast Standard bei denen. Dann würde ich persönlich als Pakt-Spieler einfach mit so einem Ding da hinfliegen und den abknallen. Jetzt muss man nichts aufpassen, beim Löwens kann ein SRS drin sein, dann wird man selber abgeknallt. Trotzdem ist das eine Eröffnung, die halt sehr, sehr riskant ist. Der Spieler war jetzt so nett hier vorne und hat das einfach mal komplett ignoriert. Die Hubschrauber hat er definitiv gesehen. Die waren hier vorne schon sichtbar und er ist halt einfach hier hingeflogen. Das war halt ziemlich sinnbefreit. Wäre halt wirklich mit dem Scouthelikopter hier hingeflogen ordentlich, dann hätte er die jetzt abgeknallt. Aber er kann immer noch hier, genau, die Küstjäger hat er jetzt beide runtergeholt. Die haben jetzt beide noch einen Mann über. Die kosten 35, der Helikopter war, glaube ich, 20. Also hier fast 100 Punkte wurden jetzt hier abgeknallt von dem einen hier und er hat noch Raketen. Von daher sehr fragwürdig. Die Jägere, die jetzt hier vorne sind, in der Eröffnung, na gut, die stehen jetzt hier völlig alleine. Hier vorne kommt schon der Gegner und kann die engagen. Also das in jeder Hinsicht sehr, sehr schwach. Was würde er denn jetzt machen, wenn die Transporthelikopter hinkommen, wenn hier schon einer mit Rocketpod gewesen wäre? Oder was macht er denn in den nächsten Sekunden, wenn der Saal um die Ecke kommt? Jetzt hat die Frage, wann der sichtbar wird. Also das war eine Eröffnung, die hat keinen Sinn gemacht. Da war kein... Die haben sich mit dem Scouthelikopter eröffnet, um zu gucken, ob die abgefangen werden können. Die hatten keinen Helikoptersupport, wie der Chinese das sehr schön hier unten bei seiner Landung gemacht hat. Der hat halt seinen Sniperhelikopter vorgeschickt, hier den hier, und um die ganze Landung zu decken mit den Transporthelikoptern. Da war wirklich nichts, was zusammengepasst hätte. Und jetzt stehen die hier oben isoliert bei einer sehr großen Map, wo die Armee meilenweit noch entfernt ist, um sie zu supporten. Plus durch die Landung ist ja nichts gewonnen. Also die können den Punkt ja nicht halten gegen die Armee, die da kommt. Die sind nicht für immer und ewig unsichtbar. Das ist auf der Hauptstraße, wo der Gegner einfach gleich durch wird und ihn tötet. Also das war in jeder Hinsicht eine sinnbefreite Landung und sehr teuer für die Eröffnung. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Wenn das hier von dem Spieler eine sehr schöne Landung war, die war gedeckt, die war koordiniert, der hat Rocketpulse gehabt, wenn ein Gegner aufgetaucht gewesen wäre, hat das jetzt quasi hier vorne gesichert. Ich persönlich hätte ja links hier unten ausgeladen. Und jetzt hat er schnelle Transporte reingebracht hier vorne. Ich war 150, um die Landung, die er vorne quasi gesichert hat, damit die Häuser frei bleiben, um die halt auf dem Boden mit starken Waffensystemen zu supporten. Also das war eine gut durchdachte Eröffnung. Er hat einen Keypunkt der gegnerischen Stellung quasi gerusht und bringt noch schnelle Einheiten, um es weiter zu rushen. Wenn er so wollt, hat er drei Phasen. Die erste war die Luftlandung, die gedeckt war. Die zweite waren schnelle Transporter. Die dritte sind hier hinten schnellfeuernde Panzer. Sahen sind sehr schnellfeuernde Panzer. Oder hier auch mal ein Panzer, der was knacken kann. Und alles ist geeignet für den Waldkampf. Und die Igler hier oben steht tatsächlich relativ gut, weil die von hier oben, ich hätte die allerdings jetzt hier, also stellt er gleich noch einen Wald vermutlich auch, wobei die Gunnar Sträcki steht eigentlich auch ganz gut da. Die beiden können von da oben hier bis hier runterfeuern und auch einen Helikopter hier erwischen, weil die einen guten Schusswinkel haben. Also eigentlich hat der Spieler hier vorne eine super Eröffnung hingelegt. Wenn die Eröffnung exemplarisch richtig schlecht war und ultra teuer und unnötig. Also wie gesagt, selbst wenn die Küstjäger hier früh ausgeladen worden wären, das hatten ja fast 100 Punkte gekostet. Der Billigtransporter hier unten für 10 Punkte, der bringt die halt fast identisch so schnell ran, wie die mit dem Hubschrauber gekommen sind, nur ohne Risiko und für ungefähr den halben Preis. Also von daher haben wir hier eigentlich ein schönes Beispiel gehabt für schlechte Eröffnung und gute Eröffnung. Da hat man eine gute Idee, was man machen kann. Wir können das mal ganz kurz anspielen, um zu gucken, ob die jetzt hier ausgelöscht werden, wie schnell. Hier vorne wird die gesamte Amtmeer jetzt aufgehalten, wenn man sieht, weil er hier eine gute Landung gemacht hat. Es muss natürlich genug Truppen rankommen, das zu supporten, aber das sieht ja ganz gut aus. Dadurch, dass er jetzt hier vorne quasi einen Blocker hingemacht hat, knubbelt sie jetzt hier die Armee. In aller Regel wäre es jetzt gut, wenn dann eben das Team darauf reagieren würde, z.B. der Bomber, der hier rechts fliegt, wenn der Bomber jetzt hier reinfliegt, weil er weiß ja, er hat die gesamte Amtmeer hier gestoppt und die knubbelt sich jetzt hier ohne Ausweichmöglichkeiten. Der Bomber, der jetzt einfach auch sinnbefreit nach rechts fliegt, müsste halt jetzt sein Mitspieler, hier vorne ist ein anderer Spieler, müsste sein Mitspieler hier supporten und einfach den Knubbel vernichten. Das wäre die ideale Eröffnung, wenn der Bomber nach hier gegangen wäre, das wäre dann ein Teamspiel an der Stelle. Hier vorne die Rocketpot-Typen, wir haben jetzt hier einen super Schusswinkel auf alle Verstärkungen, die kommen. Also läuft eigentlich alles super, würde ich sagen. Die Mitte Eröffnung war richtig gut. Also der, der weiß nicht, das ist hier der Cyrox oder was? Dammit und Cyrox haben da eine super Eröffnung zusammen hingelegt. Nur eben der Dax hier, der da mitspielt, der schickt halt seinen Bomber jetzt völlig sinnbefreit hier vorne hin, um einen Jäger abzuknallen. Also wenn der da hingeflogen wäre, dann wäre das sogar eine perfekte Eröffnung mit drei Spielern mit Teamspiel gewesen. So, jetzt machen wir mal einen Aufbau, einen exemplarischen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein gutes Deck dafür habe. Muss ich mal gerade mal ins Deck gucken. Ich habe halt sehr spezielle Aufbauten und teste auch ganz viele Sachen. Ich glaube, in meinem Aufbau habe ich gar nichts, wo ich das jetzt zeigen könnte. Ich habe keinen, also bei mechanisiert, in dieser Kombination kriegt er keinen Transporter, der 150 fährt. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man das hat und dann was zeigen kann. Und meine speziellen Aufbauten wären, glaube ich, ein bisschen doof, jetzt, um das an so einem Tutorial-Video zu zeigen. Aber hiermit müssen wir es zeigen können. Okay, versuchen wir es mal damit. Das könnte funktionieren. Aber um es exemplarisch zu zeigen, müsste es eigentlich ausreichen. Äh, weg. Okay, versuchen wir das mal. Wir können einfach mal so eine Standard-Map wieder nehmen. Paddy Field ist zum Beispiel eine Standard-Map. Ich habe mir eben besprochen. Oder was spielen wir denn noch Schönes. Also es kommt drauf an, was in Game-Mode ihr spielt. Aber so richtige Standard-Maps, also Jungle-Law hatten wir ja gerade. Oder Paddy Field ein bisschen größer. Hm. Wir können ja mal diesen Winter-Map nehmen. Äh, Winter, Winter, Winter. Das ist auch so eine Standard-Map. Da haben wir ein paar angesprochen heute auch. Also macht euch einfach den Maps vertraut. Ihr könnt ja auch einfach mal so eine Map im Single-Player, wie ich das jetzt mache, starten, um ein paar Sachen zu testen. So, ähm, bei der Eröffnung, also bei dieser Map zum Beispiel, da gibt es auch wieder mehr Frontabschnitte, mehrere Strategien, die man fahren kann. Ähm, macht euch wieder klar, was ihr erreichen wollt mit eurer Eröffnung. Nicht einfach eröffnen und hoffen, dass irgendwas funktioniert. Ja, was könnt ihr hier machen? Ähm, das kommt auf euer Deck ein bisschen an. Also wenn ihr viel Infanterie habt, könnt ihr hier hingehen. Das sind massive Infanterie-Kämpfe. In aller Regel, auch wenn ihr hier vorne durchgeht, massive Infanterie-Kämpfe. Hier können wir Infanterie-Spam und Panzer auch ein bisschen kämpfen, uns Raketenwerfer. Ähm, ein paar Punkte, die ich vielleicht noch, bevor ich die Eröffnung mache, erwähnen möchte, ist halt, hier vorne wollt ihr in aller Regel ein, äh, wenn es geht, hier einen Scout reinbringen, Scout-Infanteristen. Der deckt dann Sachen an den Rändern auf. Und in aller Regel wollt ihr hier oder hier, äh, jeweils einen Raketenwerfer reinbringen. Und vielleicht nochmal einen Igler, äh, Stinger oder sowas hier hinter nochmal bauen. Das ist halt eine super Stellung, damit ihr quasi die Mitte dominiert. Damit ihr alles, was da kommt, abknallt, ihr das Flugzeug eine Rakete mitgibt, genug Sicht auf alles habt. Also hier was reinpacken, die Minimalbedingung wäre, hier einen Raketenwerfer, wie eine Milan 2 oder so reinzupacken. Das wäre auch hierfür die Minimalbedingung. Der Rest, die ich gerade erzählt habe, wäre auch schön, wenn er auch noch da drin wäre. Aber ein bis zwei Milan hier reinpacken, wäre perfekt, aus meiner persönlichen Sicht. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, ansonsten, hier vorne eine Aufstellung machen. Wenn es irgendwie geht, in dem Wald eine Aufstellung machen. Und es gibt euch ein Staging Area, um hier anzugreifen. Plus eben, ihr verhindert, dass der Gegner eine Staging Area hat, um euch anzugreifen. Das wäre auch nochmal ein schöner Punkt, wenn man den holt. Hier links wäre ganz gut, wenn man halt, zumindest aus dem Wald hat, wenn da keiner durchsneakt. Wenn ihr zu Overboard hier links durchgeht und der Gegner rusht euch auf irgendeiner Seite, dann ist die Armee afkar und ihr seid tot. Da würde ich am Anfang nicht zu viel investieren. Und ja, für die Mitte hier, das ist immer so die Frage, wenn ihr den Sektor contesten wollt, dann müsst ihr eigentlich aggressiv hier reingehen, hätte ich gesagt. Weil sonst steht ihr hier vorne nur an diesem kleinen Waldstück. Und dann kommt die Adlerinen Bombe und dezimiert euch über Zeit. Das bringt gar nichts. Also wenn ihr hier rein wollt, ganz oder gar nicht, ihr müsst auf die andere Seite und darum kämpfen. Hier stehen bleiben ist Selbstmord. Ja, und ansonsten rechts, ja, der Wald wird der Conteste typischerweise. Und dem müsst ihr auch contesten, weil wenn ihr nur den kontrolliert, geht der Gegner hier durch, durch die Stadtbezirke, stellt hier seinen Kommenten in irgendeine der Riesenstädte rein. Raketenwerfer kriegt er nie wieder raus. Also ihr müsst hier beide Seiten contesten. Viele Spieler contesten nur den, was sehr, sehr ein großes Problem ist. Da kommt ihr nicht hin. Oder solltet ihr nicht hinkommen. Das ist so ein bisschen grob gesprochen, worum es in der Map geht. So, wir machen jetzt einfach mal irgendeine Öffnung hier für die Mitte. So, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt Dimitri holen. Was viele Spieler sehr gerne machen ist, die holen sich dann einen Hubschrauber und führen hier eine Luftlandung durch. Wir können jetzt ja mal im Kopf durchspielen. Was passiert, wenn ich jetzt hier unten einen Haufen Hubschrauber hole, baue die hier vorne hin und dann lande ich bei Dimitri in der Stadt. Ja, was passiert dann? Also erstmal könnt ihr davon ausgehen, der Gegner sieht das, weil er ja auch mit mindestens einem Scout-Hubschrauber öffnet. In der Öffnung immer gucken, was der Gegner hat. Also es gibt eigentlich keine Entschuldigung, gerade beim Teamspiel dafür, nicht mit dem Scout-Helikopter zu öffnen. Also ein Scout-Helikopter, wenn ihr 3 gegen 3 spielt zum Beispiel, der einfach hier mal so runterfliegt, der deckt halt in diesem Umkreis, deckt der halt fast alles auf, so dass ihr alle Armeen gleichzeitig seht mit unter Umständen. Ihr könnt auch einen so schicken und einen so schicken und es noch besser aufgedeckt. Und auch wenn es abgeknallt wird, habt ihr noch einen. Also ihr müsst mit dem Scout-Helikopter auf jeden Fall öffnen. Das führt gar keinen Weg dran vorbei, der Gegner auch. So, also eure Luftlandung wird auf jeden Fall gesehen. Da könnt ihr, also das ist halt so sicher wie das Arme in der Kirche. So, was passiert dann? Ihr landet dann hier vorne in der Stadt, dann habt ihr die Stadt, was passiert dann? Je nachdem, was der Gegner hat, passieren dann folgende Dinge. Entweder fliegt ihr mit seinen Rocket-Pod-Helikoptern ran und bombt euch einfach tot. Ihr kommt mit einem Bomber, bombt euch tot, in dem wie teuer ihr gelandet seid. Das kann man ja abschätzen, was da gelandet wurde. Oder er stellt sich einfach hier vorne mit seinem Infanterie-Spam rein und geht dann hier vorne an der Seite durch und macht dann hier so einen Ring und baut da drum herum auf. Was ich halt gerne mache, wenn ich weiß, dass der Gegner vor mir gelandet ist und ich will ihn halt nicht bomben, halt kein Boratino rein oder ähnliche Spielchen, ja. Was ich dann ganz gerne mache, ist, ich stelle halt hier vorne Autokanonen auf, hier so in einem kleinen Umkreis und setze dann billige Infanteristen hier vorne rein und dann schießen die halt hier mit dem Mega-Feuer-Support jeden ab. Es sei denn, er lässt mir die erste Häuserreihe und wenn ich die habe, bringe ich Flamme für Infanteristen und hole mir die zweite Häuserreihe und er kann ja keinen Feuer-Support geben, weil er dann auf einem Feld hier stehen muss. Das ist für den Spieler vom Süden ist das ein Lose-Lose für den Spieler, der hier eine Luftlandung von hier durchführt. Es macht keinen Sinn und dieser Seite aus eine Luftlandung bei Dimitri in der Stadt durchzuführen, ihr werdet eigentlich immer auf die Fresse kriegen. Es sei denn, ihr unterstellt, dass ihr bei der Luftlandung euer Aggressiviv vorne in die Kante stellt und eure Fahrzeuge schnell genug den Wald dominieren, dass ihr wirklich alles dominiert hier. Aber wenn ihr die Stelle hier nicht dominieren könnt, dann ist eine Luftlandung hier das Blödste, was ihr machen könnt. Vor allem eben, weil eure Luftlandung in aller Regel in den ersten zwei Minuten ungefähr komplett ohne Luftabwehr da steht und dann eben die Bombe euch umsonst töten können. So, von daher, ich mache keine Luftlandung da. Was ich halt ganz gerne machen, wenn ich von hier unten eröffne, ist, ich fahre mit schnellen Einheiten, fahre ich hier unten runter und versuche die hier in diesem Umkreis ungefähr auszuladen, lasse hier vorne wieder den Regen Milizen ein bisschen aufbauen und versuche dann hier in den Wald reinzugehen. Und wenn der Gegner wirklich hier vorne Truppen drin hat, die stören sind, dann lege ich hier einen Smokescreen und dann gehe ich mit meinen Truppen, ich habe normalerweise Infanteristen, die knacken Panzer, die gehen ein bisschen weiter links und Infanteristen und Flammenwerfer, die gehen ein bisschen weiter rechts und ja, dann werden die halt rechts flambiert und die Transporter und Panzer und was da steht von ihm werden dann geknackt und dann laufe ich halt gerade da durch und ignoriere das so lange, bis die Fluggerwehr da weg ist und dann bombe ich die tot danach. Das ist so der Setup, den ich mache und so würde ich meinen Aufbau auch dann machen und das ist meine Staging Area ein bisschen dafür. So, jetzt können wir mal gerade so ein Ding mit langen Reden mal da aufbauen, wie das aussehen würde. Was jetzt für jeden Aufbau gilt, was ganz gut ist, ist, wenn ihr euch nicht auf einem Knubbel fährt. So, wie funktioniert das? Transporter haben in aller Regel 150 oder 110 Speed, ja? Wenn ihr unten mit Road Speed guckt, das wäre der Wert. Was ich ganz gerne mache ist, ich baue die ganz gerne in zwei Gruppen auf. Die schnelle Truppe, also das ist der falsche Trupp hier, habe ich keinen schnellen Transporter dafür? Ja, den meinetwegen. Die sind 150. So, das wäre jetzt die 150er Gruppe, die fährt zum Beispiel vor und dahinter die Kommandosi, das ist auch eine 150er, um Gottes Willen. Ja, der hier. Das wäre eine langsame Truppe, ja? Also nicht so bauen, dass die langsam vor den schnellen sind, so, damit die sie gegenseitig blocken und das wäre eine langsame Gruppe. So, wenn ich jetzt so aufbaue, dann sind die halt nicht auf einem Knubbel, wenn die ankommen, sondern auf zwei Knubbel. So ist eine Bombe, wenn nicht eine Armee tötet, sondern, ey, nur eine Armee tötet, nicht beide tötet, ne? Also eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Was ich auch ganz gerne mache, es hängt davon ab, wo ich spiele und was ich brauche, ist, dass ich die aufbaue als Gruppierungen. Also ihr könnt euch sagen, okay, die jetzt hier, das ist ja nur Infanterie-Spam, die haben jetzt einen Auftrag, diesen Waldkampf zu machen, den ich eben beschrieben habe, ja? Das hat auch den Vorteil, dass ich nachher in dem Aufbau mit einem einfachen Doppelklick die verschiedenen Gruppen auch direkt assignen kann. Ich zeige euch gleich, wie ich das meine nach dem Aufbau. Das wären also die, die jetzt einen Waldkampf machen, die einen hier durchgehen zum Knacken, die anderen vielleicht für den rechten Waldkampf. Wie gesagt, kein Flammenwerfer jetzt bei, sie sind nicht das Deck dafür, aber man könnte ja mehr Genies und so normale einpacken für die rechte Seite. So, das wäre auf jeden Fall die Geschichte, um den Wald zu knacken. Dann würde ich, also bei der Map würde ich sogar überlegen, hier sowas zu spielen, ja? Also, ja, den vielleicht jetzt nicht, aber ihr könnt zum Beispiel ein Buratino in der Öffnung, ist immer eine nette Sache. Wenn ihr wisst, dass ihr da kämpft, wo der Gegner Infanterien packt, also wenn das zum Beispiel hier vorne, ne, wird hier Infanteriespam landen, hier oder hier ist Infanteriespam. Wenn ihr dann Buratino mitnehmt, fahrt ihr bis hier vorne hin und dann haltet ihr ihn da drauf, wo ihr dann wisst, dass hier der Infanteriespam oder da ist, dann tut der eine Infanteriespam einfach ausschalten, fertig. Ne, kann man auch machen bei der Öffnung. Ist sehr populär bei Maps, wo er auf Städte zufahrt, wo die Leute das gar nicht so gerne machen. Weiß auch nicht warum. Dicke Panzer würde ich bei der Map gar nicht einpacken. Ich würde so One-Shotter einpacken. Ih, he, ja, hat eine 17er-Kanone, 50 Punkte. Das wäre dann quasi die nächste Gruppe. Würde ich einfach, was weiß ich, würde ich hier hinten hinpacken. Also, das ist dann die dritte Gruppe, wenn ihr so wollt. Ich würde die so ein bisschen weiter wegpacken, damit ich die steuern kann. Ich tue jetzt mal mit Absicht ein bisschen weiter weg, damit ihr wisst, wovon ich rede. Ne, da sind hier schon drei Gruppen, die verschiedene Aufgaben haben. So, und Flugabwehr zum Beispiel, würde ich jetzt eine mitnehmen. Die Ito knallt Hubschrauber ab. Der wäre mir wichtig, dass sie weit vorne wäre, weil sonst ein Rocketport die gesamte Armee in Empfang nimmt und abknallt. Die muss vorne stehen in der ersten Gruppe. Man kann einen Mordhaar noch mitnehmen. Die würde ich tatsächlich aber dann hier irgendwo in die zweite Gruppe packen, weil die halt nicht so vorordentlich Front müssen. Wer als Feuerstabwehr, wenn ich Gegner aufdecke oder halt Smoke, wenn der Gegner was hat, weil ich nicht gerade counteren kann im Moment. Bis hin zu Rocketport. Sagen wir mal, die Ito wurde aus irgendeinem Grund abgeknallt oder ich habe nicht vergessen, weil ich doof bin. Dann kann ich an meiner eigenen Leute immer noch smoken und mit dem Rocketport vorbeifahren. Von daher würde ich den vielleicht noch einpacken. Das hängt aber jetzt ein bisschen vom Micro ab, inwieweit ihr das steuern könnt. Ich zeige euch aber gleich ein paar Tricks, mit denen man das schnell steuern kann. Von daher ist es mit Absicht jetzt da drin. Ja, Scout-Helikopter eröffnen auf dem Haus, damit der halt schnell eröffnet. Das wäre wichtig. Scout-Infantristen und so ein Zeug brauche ich hier nicht, weil guckt euch mal das Gelände an. Was würdet ihr denn hier scouten? Gar nichts. Ihr geht ja auf Kontakt direkt. Also da ein Scout reinpacken bringt nichts. Die Frage ist ja, der dominiert das Gebäude. Wenn das keiner dominiert, dann würde ich da vielleicht hier so ein Scout reinpacken am Anfang. Aber hier lohnt sich sonst kein Scout. Was will ich damit? Muss ihr euch ja klar machen. Da bringt das gar nichts, sonst würde ich immer mit Scout eröffnen. Aber ich habe einen Scout-Helikopter, nämlich die gegnerische Eröffnung da sehe. Damit ich einfach weiß, hat er einen Hubschrauber gebracht, ist er mit Transporter an Tief gefahren. Sind das zwei Spieler? Wenn das zwei sind, gehe ich sicher nicht angreifen, dann fahre ich direkt einen Rückwärtsgang raus. Also der wird in aller Regel die gegnerische Armee aufdecken. Wir sagen, ob zwei Spieler sind, bevor meine Armee ran ist. Und dann würde ich mich einfach hier vorne hinsetzen und ein paar Einheiten wahrscheinlich sogar noch links abzwacken, dass wir hier Druck machen. Das wäre so mein Setup. Also der Helikopter, der ist absolut key in der Aufstellung. Ich würde wahrscheinlich sowas mitnehmen, weil das Autokanon hat. Feuersupport. Ich mache nochmal keine Zweierknobel, aber viel für die Aufstellung. Feuersupport hier, aber auch in aller Regel in zweiter Reihe. Weil dieser Feuersupport, macht euch wieder klar, was machen die hier? Ihr fahrt nicht da rein und trifft auf eine gegnerische Armee. Also es ist nicht so, dass eure Fahrzeuge, wenn die hier stehen, auf gegnerische Fahrzeuge treffen, die hier stehen. Das heißt, ich brauche keine Schnellfeuerinnen, Panzer, keine Autokanonen, um Fahrzeuge auszuschalten, wie bei der Map, die wir eben zum Beispiel hatten. Hier brauche ich den Feuersupport nur, wenn hier in der Seite Truppen auftauchen, aufgedeckt werden, damit die die abknallen. Und da ist Feuersupport hier tatsächlich nicht so wichtig. Also wenn ihr Geld sparen wollt, ich würde normalerweise so in der Map wahrscheinlich einen Panzer, damit ich was knacken kann, den starken Frontshot hat und vielleicht, damit ich eine Option habe, eine Autokanonik, würde das eher in diesem Ratio wahrscheinlich aufbauen, wenn ich da hingehe. So, sonst noch irgendwas? Ich kann mir das Sokel eröffnen, das ist halt, um Hubschrauber abzuknallen. Nicht, weil ich das wirklich irgendwie brauche, weil ich irgendwas beschützen will, sondern einfach, weil die meisten Spieler irgendwo auf der Map eine Luftlandung machen. Wenn ihr das 3 gegen 3, 4 gegen 4 spielt, könnt ihr davon ausgehen, dass mindestens ein Hubschrauber dahin fliegt und wenn nicht, ist zumindest der Scout-Hubschrauber vom Gegner da und wenn das auch nicht, dann haben die einen Abfangjäger oder irgendwas, dass ich Sokel ebenfalls abspielen kann. Also wenn ich das Micro und das Geld habe, kann die auch gerne noch mit einer Sokel eröffnen. Ich habe auch schon Spiele gehabt, da hat die mit ihrem Rocketport alleine die ganze Armee dann hier vorne aufgehalten, weil der Gegner halt einfach nur mit Transporter ankam, weil er dachte, er bräuchte da nur Transporter. Also das lohnt sich auch. Das ist quasi so ein bisschen Kür, das kann man auch ohne machen, ist aber schön, wenn er das Geld hätte. Jo, das war es eigentlich. Sehr viel komplexer würde ich das gar nicht aufbauen am Anfang. Das kostet 800 Punkte oder so. Das wäre jetzt so ein bisschen die Grundaufstellung und jetzt zeige ich euch mal, damit ich wieder starten kann. Ich würde, wenn ich jetzt starte, direkt alles mit M nach vorne bewegen und dann in der Fahrt das sortieren, wenn ich keine Zeit verliere. Machen wir es mal gerade. Zack. So, mit M dann nach vorne hin, wo ich hin will. Und dann würde ich jetzt die Sachen einstellen. Ihr könnt jetzt hier unten mit Shift, könnt ihr die wegklicken, damit ihr eins raus sucht oder mit Control könnt ihr einfach nur Einheiten markieren. So, ich markiere jetzt mit Doppelklick diese Einheiten, weil ich weiß ja, dass der eine Transporter mit der Infanterie, den ich hier vorne rein haben will, klickt ihn dann hin mit M und das ist der andere Transporter, der langsamer kommt, der eine andere Aufgabe hat, den schicke ich nach rechts mit M und so habe ich jetzt meine Armee quasi aufgeteilt. Die Ito hier vorne, da brauche ich nichts machen, die muss an die Front und dann werde ich nachher da assignen, damit ich mit den Sonderbefehle mache. Den Panzer weise ich, der ist nur aus Feuersupport und Panzer zu knacken, wenn die hier um die Ecke kommen. Den packe ich hier vorne auf die Kante, war mir wichtig. Die Sokel ist immer noch am Angreifen hier vorne, das Scout-Helikopper ist immer noch um durchfliegen zu gucken, wo der Gegner kommt. Die werden typischerweise hier vorne aufgedeckt. Ja, dann könnt ihr jetzt jetzt die Einheit sortieren. Den Motor lege ich in so Control-3, damit ich den sofort rausnehmen kann, dass der mir hier steuern kann. Den Feuersupport auch hier vorne auf die Kante, falls das aufgedeckt wird, kann dann von da nach da treffen. Ja, und jetzt fliege ich hier rein, suche mal die Gegner in den Kopf da. Wenn keiner aufgetaucht ist, fliege ich so tief wie möglich und zu gucken, ob ich hinten den Commentschnipen kann. Wenn die nicht gedeckt haben, ist das ihr eigenes Problem und da muss in alle Regeln eine Entdeckung sein. Und das war jetzt eigentlich eine typische Eröffnung. Ich kann die da nochmal alle markieren mit Shift gedrückt halten und unload, dann weiß ich, wenn die gleiche ankommt und die automatisch ausladen, damit ich ja nicht mehr dran denken muss. Und hier vorne sieht man jetzt die zwei Gruppen. Das ist jetzt, wie gesagt, der 150er Transporter und das sind die 110 Transporter auf der Straße. Man sieht so ein bisschen auch, wie schnell der Unterschied ist und das wäre eine Luftlandung potenziell gewesen. Da seht ihr auch die drei Unterschiede im Speed. So, jetzt sehe ich hier vorne, jetzt kann ich hier mit Control, also Angriffsbewegungen machen, damit der automatisch etwas schießt. Ich will ja nicht, dass es zu früh nach vorne geht. Ja, und das war eigentlich eine typische Eröffnung. Und die rollen jetzt einfach in ihre Position. Da kann man schnell, wäre ich fast machen. Und das ist dann eigentlich auch die Autokanon-Dinger hier, das ist ja Feuer-Support irgendwo. Könnte man jetzt einfach wieder hier zurückfahren. Der geht zum Beispiel jetzt in die Stadt. Wenn er einen aufdeckt, der Feuer-Support steht hier vorne. Dann könnte ich jetzt hier mit irgendwie 10 Milliarden Werfern könnte ich da aufräumen. Ihr könnt übrigens hier mit E, also Boden angreifen, könnt ihr gucken, wie weit die schießen. Also wenn ich hier stehe, kann ich bis dahinten treffen mit meinem Granatwerfer. Wichtig an der Stelle ist, die schießen in aller Regel bis 700 Meter, solche Truppen manchmal auch weniger. In aller Regel gibt es auch welche, die schießen 1000. Ich würde halt schon gucken, dass ich hier so ausmesse, bis zu dem Haus, wenn der da steht, also solche 800 Meter, da kann der mir gar nichts. Dass er so ein bisschen abmess, das ist halt Erfahrungssache und der Straße bis zu dem nächsten Gebäude zum Beispiel. Guck, wo hin? Gut, das war die Eröffnung. Ich glaube, sehr viel fancier wird die Geschichte nicht. Wie gesagt, man kann halt tausende Eröffnungen machen, Maschinen-Setups und so, aber ich glaube, das ist halt so dieser Standard-Setup, der ganz gut funktioniert. Ihr müsst euch für jede Map, für jede Stelle, wo ihr hinwollt, für jeden Gegnertyp, für euer eigenes Deck und auch für jedes Teamspiel, was ihr organisiert, müsst ihr euch eine andere Eröffnung im Prinzip ausdenken. Und es gibt halt die Rush-Eröffnung, die vorsichtige Eröffnung, was ihr wollt. Wenn ihr einfach nur ein bisschen mitdenkt, ich glaube, dann kommt ihr früher oder später auf die Eröffnung, die für euch gut funktioniert. Wichtig ist halt, dass ihr mit einem Plan in den Spiel reingeht. Ja, sonst Eröffnungen? Es gibt natürlich, wie gesagt, ich könnte jetzt noch andere Eröffnungen erzählen mit Luftlandung, die man hier auch mal optimieren kann, wo dieser Cyrox da eben im Damage das schön gezeigt hat. Oder es gibt auch Eröffnungen mit Flugzeugen, die man gerne machen kann. Oder eben die Boratino-Eröffnung, man tut halt den Gegner mit Absicht, wo reinlassen, wo man denkt, dass er viel Infanterie bringt, man öffnet dann mit einem Boratino, um den halt dann zu töten. Es gibt da eine Menge von diesen Eröffnungen, aber ich glaube, die sind zu spezifisch, um ihn in so ein Video zu packen. Ja, ich denke, wir lassen es erstmal dabei. Nur noch ein letztes Wort zum Deckbau in Bezug auf Eröffnung. Stellt halt sicher, dass ihr im Deck diese Einheiten habt, die ihr für eure Eröffnung braucht. Also ihr müsst einfach eine Idee haben, wie ihr eröffnen wollt und dann welche Einheiten ihr macht. Also das krasseste Beispiel waren halt eben die beiden Spieler, die eine Luftlandung mit teuren Elite-Infanteristen gemacht haben und hatten dafür Hubschrauber genommen, die sich nicht selber verteidigen können. Das war halt Käse, ne? Also das funktioniert gar nicht. Dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr einen Hubschrauber habt, der euch da beschützt. Sowas zum Beispiel solltet ihr beachten und in aller Regel ist es halt auch gut, dass ihr ja die Transporter zumindest zwei Geschwindigkeiten drin habt. Ich habe zum Beispiel hier nur 110er Transporter drin, ja? Also die 110 fahren. Es gibt beim Mechanisier keinen 150er leider. Dafür habe ich aber hier vorne den mitgenommen. Der fährt 150, der ersetzt die Lücke so ein bisschen. Und da müsst ihr halt gucken, dass sich das alles irgendwo ergänzt. Wenn ihr eine Luftlandung machen wollt und ihr könnt halt die Luftlandung nicht mit Helikoptern decken, zum Beispiel könnte ich hier, hätte ich mit falschen Mähgern landen können, ja? Die haben diesen Transporthelikopter. Die haben aber keinen Helikopter hier vorne, der der Hubschrauber abknallt, ja? Das heißt, ich könnte die nicht decken. Ich kann das dadurch ein bisschen ausgleichen, dass ich hier vorne einfach so einen Billigjäger hier nehme, die F-104 zum Beispiel. Die kann halt super gegnerische Helikopter scouten und abknallen, die meinen Helikopter abknallen. Das könnte man halt auch kombinieren als Ersatz sozusagen. Aber stellt halt sicher, dass ihr sowas auch durchdenkt, wie ihr öffnen wollt, was da der Sinn hinter ist und so weiter, ja? Ganz, ganz wichtig. Ja, und das handelt, glaube ich, den Großteil davon ab. Fragen ins Kommentar, beantworte ich gerne. Ansonsten würde ich sagen, viel Glück beim Spielen. Ciao, ciao.